Einen wunderschönen guten Tag meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Hollow Knight. Ja, wir sind im Pantheon. Pantheon stehen geblieben und wie ihr wisst, fehlen... Ich hab jetzt so privat ein bisschen unten versucht so ein paar Bosse zu klatschen. Das ist... Erstens gibt es mir gar nichts, wenn ich es schaffe und zweitens ist es super nervig. Und ich habe beschlossen, wir müssen ja hier die drei Pantheons öffnen. Hier fehlen uns tatsächlich nur zwei Bosse. Der eine... Wir haben ja unten dieses Museum, da steht der drin. Ich habe mir da so Gedanken gemacht. Das heißt, der eine ist in dem Labyrinth mit Wasserwegen. Das kann eigentlich nur irgendwo hier sein. Heißt, der kann irgendwo nur hier gammeln. Wir müssten hier einmal komplett alles durchsuchen. In der Hoffnung, wir finden ihn. Ich meine, wir sind hier reingekommen. Das heißt, wir sind ja nicht mal weit weg. Der müsste ja eigentlich so in dem Bereich sein. Aber wo? Also ich kann mir nur forschen. Ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung, wo der da sein könnte. Aber wir werden es durchsuchen. Das ist so unsere erste Aufgabe heute. Dafür verlassen wir hier jetzt erstmal die Traumwelt. Zack. Weil rein theoretisch. Rein theoretisch. Du bist eklig. Geh weg. So. Heißt, wir gehen jetzt erstmal hier... War wir hier überhaupt hoch? Ja. Sehr geil. Ich kann mir aber fast nicht vorstellen, dass wir hier Sachen verpasst haben. So groß ist das Gebiet ja nicht. Und ich denke mal, Rohre, Wasserwehe, das kann ja eigentlich nur hier sein. Und so wie das Ding aber aussieht, kann ich mir gut vorstellen. Es sieht ungefähr so aus. Oh Gott, ich komme hier nicht durch. Komme ich hier rein? Was ist hier? Oh Gott. Meine Rettung ist da hoffentlich. Ist hier weg. Ja, ungefähr so sieht das Ding auch aus, muss man halt sagen. Also hier kann es eigentlich nirgends sein. Es kann eigentlich... Meine Vermutung ist hier. Das ist entweder wie hier unten, weil hier ist so ein Zwischenraum so ziemlich auffälliger. Vielleicht sogar tatsächlich auch von da. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht von Boden her. Scheint aber nicht so auszusehen, als wir hier weiterkommen. Schwierig. Au, 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 au. Das war so bad. Hier sieht es aber auch so auffällig aus, so unglaublich. Das kann ja eigentlich nur hier sein. Und das Vieh sieht halt genau so aus. Vielleicht muss ich hier in der Wind triggern. Oder einfach hier... Echt jetzt? Einfach hier entlanglaufen? Was? Von mir aus. Ist noch nicht sicher, aber auf jeden Fall haben wir einen neuen Ort entdeckt. So viel zu dem Thema. Ich bin einfach der Master in Entdecken. Hi. Oh. Das Egel-Nest. Wir haben... Talismar aus dem Darm einer Egel-Matrone verwandelt den Zauber-Rache-Geist in eine Horde explosiver... Egel-Babys. Das war der Boss. Ey, komm. Das war ja komplett lächerlich. Jetzt guckt ihr mal den Kack mal an. Das war ja... Hat er mich überhaupt einmal gehittet? Ich war ja nur auf ihn, hab ihn geboxt. Das war ja komplette... Ne? Das war ja lächerlich. Wie geil ist das denn? Ja, guck. Schon easy. Easy-Game, Leute. Bei mir gibt's nur jede Folge Content. Premium-Content. So sieht's nämlich aus. Dann können wir das zweite Patrion machen. Und dann fehlt theoretisch nur ein Boss. Wo ich ehrlich... Ich hab schon wieder vergessen. Irgendwas mit... Irgendwas. Keine Ahnung. Oh nein. So Zeilen. Alter. Ich hasse dich. Eigentlich... Eigentlich... Es muss Ding sterben. Das ist einfach Prinzip-Sache. Wir haben jetzt auch bald tatsächlich alle... Wenn's so weiter geht, alle... Talisman-Männer. Talismane. Talisman... Das ist eigentlich die Mehrzahl von Talisman. Auch Talism... Talismane. Talismane. Talismane, oder? Alter, diese Viecher. Oh Gott. Das ist ein männlicher Gegenstand, deswegen Talisman. Hilfe. Hat er nicht gesagt. Entschuldigung. Bla, 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 bla. Danke, dass ich in dich rein darf. So, mal gucken. Die Frage ist, wie sieht's aus? Was für Talisman-Dinge haben wir drin? Schnell, Schatten, Schnellfokus. Fragile Stärke, Langnagel. Das geht eigentlich. Ist alles ganz gut. Wir machen's ohne irgendwas. Ich hab nämlich keinen Bock auf die Scheiße. Oh, guck mal, wir verschwinden. Hier in der Kamera. Ich bin auch glücklich. Oh, sieht meine Hände. Oh, ein dankbarer Sunfleck, du. In ihrer Gnade gestattet dir dein Götter. Was gestattet dir dein, gestatten dir die Götter, dein erstes Pantheon wieder Leben zu verlassen. Und doch gedenkst du dich weiter noch an ihrer Macht zu erproben. So dann verdamme dich selbst, auf das wir uns erneut unsere Einstimme widmen und unsere Geiste noch höhere Höhlen erheben können. Höhlen. Nicht Höhlen. Oh, guck mal, den kennen wir noch. Ähm, wie ging der eigentlich nochmal? Oh ja, genau so ging der. Der Easy Game. Ein. Ah ja, der war ja, der war glaub ich ganz einfach. Oh Gott. Ciao. Der lebt noch? Ne. Ei. Ich bin mal wieder viel zu greedy. Ja, easy game. Habt ihr schon komplett vergessen? Oh mein Gott, der lebt noch. Ich treff den so nicht. Ich treff den so nicht. Jetzt aber. Hat der echt zwei Phasen gehabt? Kann ich mich gar nicht dran nennen. Ciao. An die kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Haben wir die wirklich je gemacht? Ciao. Ich bin wieder greedy. Ja, ich bin viel zu greedy. Okay, wir gehen uns kurz. Ciao. Das war ja gar nicht. Oh nein. Oh nein. Das war bad. Er ist tot, schnell. Okay, Konzentration. Okay. Also, ich bin schwierig. Oh, das war zu greedy. Oh, das war zu greedy. Oh, das war zu greedy. Oh. 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 Ja, easy game. Heal. Siegwit. Siegwit, Siegwit. Sieht nicht so aus. Karte aktualisiert, alles klar. Ähm. Bin ich zufrieden? Wir haben hier den scharfen Schatten. Schnellfokus vergeht. Das ist schon eigentlich gut. Der Langnagel ist auch wichtig. Wir haben halt nur einen Punkt. Da würde mir auch jetzt nichts besseres einfallen, tatsächlich. Oh, guck mal, hi. Ist doch Mamba. Marmor steht sogar da. Alter. War der wirklich so nervig. Ciao. Ja, easy game. Easy game. Oh nein. Nicht du. Bitte nicht du. Oh nein. Ich bin zufrieden, oder? Also es war am besten immer in der Ecke zu stehen. Das weiß ich. Außer wenn das passiert. Als ob das da reintrifft. Alter. Ich bin zufrieden, der ist schwächer gemacht worden. Kannst du mir fragen, was du willst. Der ist stärker eigentlich. Oh, guck mal. Easy Gegner. Ach, der beschwört Viecher. Das sieht man jetzt auch mal. Schön. Danke für den Freakill. Oh nein. Nein. Oh nein. Ich heile mich gut. Ach, das war's schon. Ja, ist ja. Das ist ja lächerlich einfach. Ich hoffe, ich muss ihn nicht noch mal machen. Ah, erbarmen sich die Götter nicht unser, auf das wir uns diesen verdrießlichen Kümmerling entbehren mögen, bis es an uns zehrt, dieser Wurm zu sehen, seine sändlichen Waffen, die Götter in die Gegend zu richten. Dein ist Glück über Glück, oh Kümmerling. Dieses Pantheons Götter erlauben dich unter ihnen, aus Gründen jenseits unseres Verständnisses. Wahrlich die göttliche Strafe, die sie für dich planen, muss jeglicher Vorstellung entbehren. Sei bereit. Sei bereit. Ich kann nicht lesen. Oh, Götter von Heiland, seist offenbart uns eure Macht. Mögen wir uns auf eure Einstimmung und diese höchsten Höhlen emporsteigen. Du kannst dir nicht verweilen, oh Feigster aller Feiglinge. Ich tritt hervor, empfange deine heilige Strafe. Ja, von mir aus. Oh, hi. Der Pinselmeister. Oh Gott. Oh mein Gott. Alter. Ja, okay, der wird nervig. Das ist okay. Healen. Als ob das so viel Reichweite hat. Als ob das so viel Reichweite hat. Als ob das mich trifft. Guter Heal. Guter Hit. Healen. Schön, schön, schön. Einfach nicht greedy sein. Healen. Oh mein Gott, bin voll reingerannt. Alter, alter. Nicht gut. Einen hier ging. Oh Gott. Jetzt haben wir ihn. Das war's bestimmt noch nicht, oder? Hm. Easy Game. Easy Game. Errungenschaft freigefalten. Inspiration. 12 Minuten 22. Das ist okay. Jetzt bräuchten wir nur noch hier dieses, dieses komische Ding da. Das wird super. Ja, ich hab ehrlich. Ich bin mir überlegt. Guck mal hier. Ach, das öffnet sich dann was. Wenn ich alle drei hab, öffnet sich hier dieser Raum. Und da ist noch ein Pantheon drin. Oh mein Gott. Da will ich rein. Uns fehlt tatsächlich noch ein Boss. Das ist der. Und dann können wir den ran machen. Und dann können wir da rein. Mal gucken, was da noch so drin uns erwartet. Und hier ändert sich das an. Wenn wir dann alle vier haben, öffnet sich hier dann noch was. Oh mein Gott. Ich freu mich. Ich liebe Content. 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 Gut. Ich würde aber sagen, wir machen hier einen Cut. Dann schaffe ich mal die 20 Minuten einzuhalten. Ist ja unglaublich. Und ich informiere mich tatsächlich mal der letzte Boss. Weil ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe ja privat ein bisschen schon rumgesucht. Den einen zumindest. Der, wo der uns noch fehlt. Vielleicht suche ich auch mal ein bisschen. Einfach nur. Nö. Oder ich gucke selber mal ein bisschen rum, ob ich den finde. Okay. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Eine Wundervolle. Bye.